zu let's play division ja die letzte folge hat er nicht aufgenommen und das kotzt mich an ja so hat er es einfach gut beschrieben ja wir haben gerade so falls ihr die ja die folge wurde nicht aufgenommen ja wir waren in diesem hotel haben gekämpft also ja es war ein guter fight muss sagen am ende war ich ein bisschen fertig aber geht schon ja jetzt geht es wieder zurück zum ja wie gesagt also dass ich wahrscheinlich die letzte folge wahrscheinlich sein von let's play von private beta division und danach werden wir uns dann im hauptschule wieder sehen und wie gesagt werde wie schon ein sich kennt der kann es ja gerne gucken danach wird dann auf jeden fall mit dem zwei los gehen mal gucken mit wehen und wie und was und so oder werden sehen ohne grillen ja ok und gewesen für den beta waren das fertige hauptspiel ja lass uns mal reden aber wir sind nach oben also hier lang das nicht wie all die neben einsetzungen machen kann aber ich glaube die interessieren uns der rad erstmal noch nicht so die werden wir eh noch im hauptschule sehen okay jetzt werden wir da mal Entschuldigung, ich werde es für dich holen. Schau, du sagst ihm, dass das nicht genug ist für die Diskussion. Er muss sich auf den Schein. Ich versuche einen Riesening mit ihm, aber du weißt, wie er er ist. Ich weiß, dass er alle gebetet hat, wenn er das alles hält. Okay. Okay. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there again. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail... Alright! Alright. We could probably spare some people. I'll be outside. She said you did your part. I won't forget it. Okay. They have a main attack. Close the main steps. To help you to help you. I have to... Okay. Hey, it's Kelso. When the division network went dark, we switched over to a backup system that is only capable of supporting agents in the DC vicinity. Getting back to full strength is gonna be a multi-stage process. But first things first. We lost contact with an agent named Espinoza. He went to Jefferson Trade Center to try to reactivate a shade node hidden beneath the complex. I could really use your help to find him and get that node online. to get that node online. This is our last radio contact with Espinoza. There's hyenas all over the complex. Any idea what they're doing there? Not a clue. I'm gonna try to bypass them and get down to the sub-level. Maybe you should stand by and wait till we find you some backup. You were to... That's the dark zone. That's the dark zone. Yeah, that's the dark zone. LTE, this is Rawlings. We found something you're gonna wanna see. Tr oyster. Das ist unser letztes. Das ist unser letzte Radio Kontakt mit Espinoza. Es gibt Hyenas all over the complex. Any idea what they're doing there? Not a clue. I'm going to try to bypass them and get down to the sublevel. Maybe you should stand by and wait till we find you some backup. You were to Valmi, Kelso? Of course I am. You're barely competent. That's cold. Okay. Okay. That's cool. Yeah. ja ich glaube dann aber auch ja gut ich weiß nicht wie dann die folge ist also wir könnten zum safe was eigentlich sehen oder ja ich glaube ich bin oder ja ich weiß nicht wie ich das am besten jetzt mache ja gut ich werde dann jetzt erstmal die folge beenden und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten folge wieder bis dahin ciao mit v